Jo, moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Fever. So, wir schließen hier an der letzten Folge an. Ich habe hier die Züge schon mal ein bisschen auseinander genommen. Wir könnten jetzt mal mit dem hier mitfahren. Denn ich muss die Züge ja auch noch auf Abstand bringen und wie ihr seht, der obere Zug nimmt schon Passagiere mit. Oh, und der untere nimmt sogar 33. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich hier watterfreie Wege. Oh je. Wie lange muss der da noch warten? Ah ok, jetzt ist es vorbei. Sehr schön, die Bahnhofseinfahrt schön langsam. Und dann bremsen die langsam ab. Also das könnten sie von mir aus gern wieder einfügen. Weiß nicht, warum der Zug 20 Meter vorm Signal anfängt mit bremsen, weil da ist dann eh zu spät. Ja, aber naja. Jetzt haben sich anscheinend Leute beschwert, dass die 300 zu schwer zu erreichen sind. Ah ja, gut. Für die Leute, die dann wirklich auf Errungenschaften spielen, dann ok, aber... So, das müsste eigentlich passen. Ja. Weil der fährt ja raus und dann müssen die sich im nächsten Bahnhof treffen. Ah ne, das ist scheiße. Das ist... Äh... Glaube ich nicht so gut. Weil der ist ja eh bloß eingleisig. Jetzt mal gucken... Wer... Ok, der hier wird als erstes da sein. Denke ich mal. Der ist erst da hinten. Wenn wir Glück haben, kommen diese nicht arg in die Quere. Na, doch. Ich glaub schon. Das heißt, ich schick den jetzt schon mal los. Ok, der hat Vorfahrt gekriegt. Ne, der muss warten. Ja. Das heißt, ich hab den jetzt mal ein bisschen früher losgeschickt. Dann sind die jetzt mal zumindest ein bisschen auf Abstand. So, der hält da jetzt an. Der fährt... Ja, genau so sollte es sein. Er fährt schön langsam an das rot... An das rotes Signal hin, ja. Genau so soll es sein. Wo der andere fährt wieder los. Wo kommt er? Da kommt er. Kann man das ja schnell zu machen. Wie alt? Wie viel hast du dabei? Acht. Schön. Hier nochmal am Bahnübergang. Sehr schön. Oh, hier muss es noch... Welchen tun wir da hin? Tun wir den da hin? Hier ist auch noch unbeschrankt. Gibt's ja nicht. Sehr schön. So, wir sollten jetzt mal... Denke ich... Warum sind die FPS jetzt so schlecht? Aber wegen dem vielen Wald wahrscheinlich. Wir sollten mal wieder hier nach unten schauen, ja. Wo wir ja angefangen haben. Und wo ja immer noch die heiße Diskussion ist, ob wir das hier nicht umbauen. Wegen dem... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Wegen dem Güterverkehr und dem Personenverkehr, was er hier kreuzt. Und wir haben ja dann auch noch... Eine Linie... Da fahren... Was, da fahren auch Güter. Wo fahren denn die Güter hin? Bis da nach hinten. Bis da nach hinten. Und dat geht. Tatsächlich. Natürlich. Na, also entweder hauen wir da eine Dreifachtraktion hin. Weil hier warten... Na, hier geht's eigentlich. Na, was machen denn die Linien für Plus? Wo sind wir denn hier? Hüffingen müsste das sein. Hüffingen-Dienstlaken. Ah, Dienstlaken. Kennen wir woher, wa? Und dann nach Kreusen. Und wie kommt man... Ottweiler-Kreusen. Ah, okay. Bittlich als Leben. Bittlich als Leben. Warum ist da bloß ein Zug drauf? Hä? Okay. Okay. Muss ich jetzt... Glaube ich nicht verstehen, warum da bloß ein Zug drauf ist. Ja, hier hinten... Wand-Field haben wir ja auch noch. Aber... Wir bleiben mal hier in Höfingen. Da gibt's ja auch die schöne Buslinie. Und die blaue. Und die macht Minus. Sehr viel Minus. Güter-Dienstlaken. Da fährt nur ein Zug. So, weil die Strecke eingleistig ist. Ähm... Würde ich ja fast schon sagen... Wie schnell können die denn? 120... Der dürfte ja auch nicht schneller. Der kann 160. Und da gibt's ja noch einen. Ja, unser Güter-Zug. Was kann der? Auch 160. Weil ich bin ja am überlegen, hier die Strecke dreigleisig zu machen. Sehr schön. Und hier den Bahnhof in Höfingen umbauen. Wär auch noch eine Möglichkeit. Weil wir müssen ja von Höfingen noch hier nach Wandfried. Besser gesagt, wir müssen das hier anschließen. Und die Strecke endet ja dann sozusagen in der... ja. Genau, das ist die Strecke Wittlich-Hüfingen. Könnten wir dann noch überlegen, ob wir Dienstlaken da noch direkt reinmachen. Wäre möglich, ja. Moment, ich lass mich mal kurz schauen, was wir hier schon alles haben. Ist alles wahr? Ne. Ich glaub, bei irgendeinem Symbol stützt mir das Spiel ab. Ich sollte das vielleicht nicht so... ...so unbedacht machen. Also erstmal speichern. Da haben wir's doch. Aber das ist für zwei, gell? Ja. Ähm. Jupp. So eingleisig. Guck mal, somit haben wir auch den Straßenverkehr deutlich verringert. Mit dem wir ja einfach... ...die Verbindung getrennt haben. Was haben wir denn hier für einen Scheiß gemacht? Ach ja, genau. Wir wollten das Holz... ...wollten wir ja auch noch per Zug abholen. Ähm. Ähm. Ja, doch. Per Zug. Ich erinnere mich... Wie passt der da überhaupt drauf? Äh. 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 Wie machen wir das jetzt? Jetzt so drauf? Haha. Und wenn hier ein Verbindungszug, dann hier rüber. Oh, das sind die... ...die sind schon voll. Ja, hier fehlen einfach Fahrzeuge. Oh. Was soll's mitnehmen? Holz. Holz. Hüffingen. Und da ist kein Fahrzeugersatz drin. Weil da sind dann noch die Alte drin. Warum werden die denn nicht ersetzt? Ups. Ja. 25. Okay. Ja. Dann könnten wir das aber eigentlich ja auch auf der Straße lassen. Hüffingen. Guck mal, ich helfe der Stadt kurz. Was haben wir gekriegt? Ah, die hässlichen da. Und die... ...Mintgrün. Sehr schön. Uh. Oh, hier ist wieder so viel, dass ich das nicht überblicken kann. Okay. Die da. Nur die Mintgrün und diese hier. Ich habe hier irgendwo eine V200. Jetzt lasst mich das mal kurz... Lasst mich das mal kurz überlegen, bitte, ja. Wie wir das machen. Weil ich schädte gerne hier einmal so, einmal so. Ja, dass wir hier Dienstlagen ansteuern können und Hüffingen. Hüffingen. Hüffingen? Hüffingen. Dazu bräuchten wir aber einen größeren Bahnhof. Hüffingen. 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 Wir könnten hier so eine kleine Regionalbahn machen. Äh, ne. Gibt ja keine. Gibt ja nur 160er Bahnhöfe. Und das ist halt schon... ... brutal groß. Hüffingen. 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 Weil die Güterstrecke muss hier auf jeden fall auch zweigleisig.. dann geführt werden. Wenn wir die Güter nach außen verlegen, hätten wir aber immer noch hier eine Kreuzung drin. Die Frage ist dann, wie schließen wir die zwei Gleiste an? Lassen wir die hier drauf führen? Hmm. 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 Die Bühne müssen auf jeden Fall nach außen. Das heißt, die Strecke wäre dreigleisig. Das wäre dann nicht das Problem. Das Problem haben wir dann eher, ich möchte hier keine 5 Gleise haben, das sieht doch ein bisschen kacke aus. Das heißt, wir müssen das dann irgendwie hier integrieren. Also ich würde mal sagen, ein 4 Gleisiger auf jeden Fall. Und der ist jetzt auch noch 120, dann würde ich hier glatt ein 140er hinmachen. Für längere Züge etc. Jetzt warten wir mal schnell, bis der eine Zug da war. Ne, wir haben keine Schulden mehr, gell? Ne. Dann wäre das sogar ziemlich cool. Weil dann könnten wir, Moment, lass mal kurz überlegen, wenn hier noch eins ist. Das ist die Rausfahrt. Das ist Personen ein, das ist Güter ein. Dann könnten wir hier raus. Das ist ja dann okay. So. Und dann könnten wir hier dieses Ding da platzieren, indem wir das mittlere Gleis dann überqueren. Ja, also so. Gehen dann hier oben drüber und gehen dann mit dem einen Gleis dort oben und gehen dann mit dem einen Gleis dort oben. Ne, das wäre dann Doppelgleis. Ne, Moment, wir müssen ja das hier überspringen. Das ist ja dann Personenein, okay. Nein, das geht nicht. Also, ich reiße jetzt hier erstmal ab. So. Dann kommt hier der neue Bahnhof hin. So, dass er gut da reinpasst. Vielleicht so, hm? Was müsste denn alles weg? Okay, hier eins, zwei, drei, vier, zack, zack, zack. Hä? Hä? Hüffingen. Und das? Nein, das ist auch Hüffingen. Nein, ja. hüffingen 좋다. Jetzt euch Hunger wird. Also, das ist mein Handy? Und dann kommt hier. Und dann wird die hier versetzt... und die kommt dann... nach da... So, das bleibt aber gleich hier, oder? Ja, okay, gut. Nee, das ist falsch. Das ist schon besser. Und warum wird hier nichts angezeigt? Sehr komisch. Moment, guck nicht, dass der sich jetzt... Hüffingen Dienstlaken ist unterwegs nach Dienstlaken. Okay, dann können wir das auch abreißen. Und warum liegt der so tief? Hä? Warum liegt der bitte so tief? Das müssen wir mal bitte eine erklären. Weil sie... Das sieht doch schon mal viel besser aus. Deswegen haben wir hier keine Straße mehr rein. Fahrzeug im Weg. Okay. Okay, da gab es wahrscheinlich irgendwie... eine Delle im Boden. Ach Gott, kann ich so tief gar nicht hin, oder wie? Ah ja, Train Fever, Train Fever. Ah ja, Train Fever, Train Fever. Nicht wahr. Nicht wahr, liebe Leute? Also die, die wo es gespielt haben. Das geht alles gar nicht. Das ist mir jetzt so verwöhnt. Das sieht so schön aus, aber das geht nicht. Ist klar. Oh, ich sehe gerade. Die Folge. Wir bauen hier nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich rechtzeitig fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.